Auch Tiere haben das Recht, angstfrei und in guten Bedingungen zu leben. Das sagt Sven Fucker, Tierrechtler aus Mönchengladbach, heute bei mir im Szenecheck. Du setzt dich mit Leib und Seele ein für die Tiere. Warum machst du das? Wie kommt es, dass du dich so für Tiere einsetzt? Also ich habe einfach in den letzten Jahren immer mehr festgestellt und auch durch die ganzen Aufklärungsreportagen, die man im Internet und im Fernsehen gesehen hat, dass wir einfach nicht vernünftig mit den Tieren umgehen. Wir haben da einfach einen Zustand erreicht, wo wir Tiere nur noch als Sache deklarieren, wo wir nur noch einen Betrag auf die Tiere draufdrucken, was sie an Wert haben und einfach gar nicht mehr das Leben dahinter erkennen, was die Tiere wirklich haben, was sie auch für einen Wert haben, weil die Tiere wollen leben, die Tiere wollen in Ruhe gelassen werden, artgerecht leben und ohne Angst vor Mord einfach leben. Was sind so die konkreten Probleme, die jetzt dich hauptsächlich beschäftigen? Also ich sage mal, für mich als Tierrechtler gibt es sehr viele Probleme. Das größte Problem ist natürlich die Massentierhaltung. Es findet einfach ein Massenmord statt, aber auch viele andere, wenn man jetzt zum Beispiel die Angler sieht oder die Jäger sieht, wo hier unbehelligt Tiere töten können, da gibt es wirklich viele Baustellen. Wieso glaubst du, ist das so, dass viele Tiere getötet werden, dass viele Menschen das tun, dass vielleicht viele Menschen auch nicht so darüber nachdenken? Also wieso passiert es so, deiner Meinung nach? Ich denke, das hat viel mit Tradition zu tun. Es wird uns einfach schon als Kinder beigebracht, wenn was auf dem Teller liegt, wenn du das Gemüse nicht magst, dann isst wenigstens dein Fleisch, da sind gute Nährstoffe in dir drin, da sind gute Nährstoffe in dem Fleisch drin, dann nimm wenigstens das Fleisch zu dir. Aber ich bin der Meinung, man muss einfach die Nährstoffe direkt da aufnehmen, wo sie herkommen, weil auch so eine Kuh, die nimmt die Nährstoffe durch das Gemüse, durch das Gras auf und da einfach die Nährstoffe durch das Tier aufzunehmen, ist einfach Schwachsinn, wenn man sich direkt dann von den pflanzlichen Produkten ernähren kann, wo die Nährstoffe drin sind. Und zum Zweiten denke ich auch, dass wir da vielleicht einfach nicht mehr drüber nachdenken. Es wird einfach schön verpackt, sieht gut aus, schmeckt lecker, wird dann überall in der Werbung angeboten als ein tolles Produkt und da denkt man einfach nicht mehr darüber nach, was da wirklich dahinter steckt. Man erkennt einfach nicht mehr, dass die Wurst mal ein Schwein oder ein Rind oder ein Pferd oder sonst was war. Du bist also Vegetarier, Veganer, also du isst quasi nichts, was irgendwie vom Tier kommt, mit dem Tier zu tun hat. Ich versuche es. Also es ist nicht immer ganz klar erkennbar, weil auch bei uns auf den Produkten nicht draufsteht, ist es vegan oder ist es vegetarisch oder ist da noch irgendwas versteckt drin. Ich sag mal in Großbritannien, da sind die schon so weit, da steht auf jeder Dose drauf, ist vegan, auf jedem Gummibärchenpäckchen steht drauf, ist vegan oder ist nicht vegan. Da kann man einfach hinten drauf lesen, kann man das essen als vegan oder nicht. Hier muss man erst mal 20 Minuten im Internet surfen, kann man das jetzt essen oder nicht. Ist bei uns einfach noch nicht so weit geregelt, dass ich hundertprozentig sagen könnte, alles was ich esse ist vegan, sonst müsste ich rein pro Kost essen, nur Gemüse, klein schnippeln und das essen und könnte gar keine Fertigprodukte in irgendeiner Form kaufen. Dieses Vegane, das ist ja irgendwie erst in den letzten Jahren so aufgekommen, oder? Weil ich erinnere mich jetzt nicht, dass in meiner Kindheit das jetzt ein Thema war. Wie erklärst du dir das? Also es ist ein richtiger Boom. Alle sind Veganer. Ich denke, die Leute haben jetzt einfach verstanden, dass vegan Leben einfach noch ein Schritt in die richtige Richtung ist, so wie jetzt einfach viele ein bisschen grüner denken, ein bisschen ökologischer denken. Was kann man machen? Wie kann man nicht so ressourcenverschwenderisch sein? Genauso denken jetzt viele, okay, wie kann man sich sonst noch ein bisschen besser verhalten? Ich sehe nur da das Problem, wenn wir jetzt nur auf die vegane Schiene gehen und Tierrecht komplett vernachlässigen, dass es dann irgendwann vielleicht wieder einen Rückschritt gibt. Weil jetzt ernähren sich alle vegan, jetzt wissen alle, okay, es ist gut. Aber wenn wir nicht begreifen, dass die Tiere Rechte haben, dass die Tiere einfach nicht getötet werden dürfen, dass es nicht in Ordnung ist, Tiere zu töten, dann denke ich, dass es ähnlich ist wie bei dem Pelz, dass es irgendwann nach Jahren wieder kommt und dann ist es auf einmal wieder hip, Fleisch zu essen und nicht mehr vegan zu sein, weil alle vegan sind. Und deswegen müssen wir einfach jetzt begreifen, wir haben jetzt die Chance, es gibt jetzt viele Veganer, wir werden immer mehr. Und jetzt müssen wir auch begreifen, alle Tiere haben Recht auf Leben und wir müssen uns dafür einsetzen, dass einfach ein Bewusstsein in unserer Gesellschaft existiert für die Rechte der Tiere. Okay, da gibt es ein gutes Stichwort, denn das tust du ja. Du machst eine ganze Menge, verschiedenste Aktionen. Was genau machst du? Wie setzt du dich, neben der Sache, dass du keine tierischen Produkte isst, ein für die Tiere? Also ich habe jetzt dieses Jahr verschiedene Mahnwachen vor Zirkussen gemacht, auch hier in Mönchengladbach, um einfach darauf hinzuweisen, dass Tiere da gequält werden. Die kriegen entweder nichts zu fressen oder werden mit Stockschlägen traktiert, um da Tricks aufzuführen. Die müssen dann immer in LKWs hin und her gefahren werden. Das ist einfach kein vernünftiges Leben für ein Tier. Ich habe jetzt auch vor der Angelmesse in Duisburg eine Mahnwache gemacht und da einfach versucht, mit den Anglern in Kontakt zu kommen, da Aufklärungsarbeit zu leisten. Weil für mich ist es einfach ganz klar, wenn man Fisch rausnimmt aus dem Wasser, erst mal mit einem Haken durch die Backe, ein Fisch spürt auch Schmerz, dann ist es einfach nicht vernünftig, weil man auch in den Supermarkt gehen könnte, was Pflanziges essen könnte. Für mich ist es einfach Tierquälerei. Tiere töten ist einfach nichts Positives. Tiere aufessen ist nichts Positives. Und da muss man einfach immer wieder daran arbeiten. Deswegen setze ich mich auch vermehrt ein, in die Öffentlichkeit zu gehen, darüber zu sprechen, eben nicht daheim vom PC aus nur ein paar Sachen mit Gefällt mir zu markieren, sondern wirklich aktiv was zu machen, auf Mahnwachen zu gehen, Mahnwachen zu veranstalten. Bist du denn jetzt selber glücklich oder machen dich diese ganzen Zustände, mit denen du dich ja so intensiv beschäftigst, unglücklich, dass du dann auch in deinem Leben unglücklicher bist, weil du das alles so siehst? Also ich glaube, der Aktivismus und die daraus entstehenden Chancen, wo ich einfach habe, die Bewusstseinserweiterung, die ich jetzt erfahren habe, das vegane Leben, muss ich sagen, war ein Riesenschritt in meiner Evolution, in meiner persönlichen. Insgesamt macht es mich wirklich glücklich, weil ich jetzt wirklich denke, jetzt kann ich mir was zu tun. Ich sitze mich nicht mehr nur daheim und ärgere mich über alles, sondern ich tue wirklich was für das, an das ich glaube, für die Veränderung, an die ich glaube. Und deswegen bin ich definitiv glücklicher als davor. Gut, ich meine, vielleicht hast du heute hier mit deinem Besuch ein bisschen was erreicht und Leute angesprochen, die sich darüber noch nicht so die Gedanken gemacht haben. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du da warst. Sehr interessantes, brisantes Thema und wünsche dir weiterhin gutes Durchhalten und ja, mach weiter so. Dankeschön. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Szenecheck. Tschüss. Ja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Szenecheck. Tschüss.